Endlich wieder Sonntag, endlich wieder Zeit für einen neuen Börsenbrudi-Podcast heute am 15. Oktober. Schön, dass du mit dabei bist und wir haben wieder viele Themen mit im Gepäck. Wir schauen unter anderem mal heute etwas länger auf das drittgrößte deutsche Wohnungsunternehmen an der Börse, nämlich TAG Immobilien. Hier gibt es gleich drei Neuigkeiten, auf die wir in diesem Podcast eingehen wollen. Vor allem geht es hier auch um den polnischen Immobilienmarkt, wo man ja seit einiger Zeit aktiv ist. Aber auch das Thema Kaufpreise beschäftigt uns, denn klar, und das haben wir bei allen Immobilienaktien gesehen, da sind die Bestände in den letzten Quartalen ordentlich abgewertet worden. Nun könnte sich hier aber eine Trendwende doch ja ankündigen, denn wir sehen, dass sich die Kaufpreise aktuell deutlich stabilisieren. In Berlin wiederum, dort gibt es einen massiven Ansturm auf Mietwohnungen und ein aktuelles Beispiel zeigt, wie krass es mittlerweile in der Hauptstadt geworden ist. Auf 288 Wohnungen kommen 43.000 Bewerbungen und das innerhalb von 30 Minuten. Auch das ein Thema in diesem Podcast. Ebenfalls schauen wir auf das Unternehmen Alstria Office Read. Die haben nämlich nun eine Sonderdividende angekündigt. Es scheint im Bürobereich wieder besser zu laufen. Und auch noch ein weiterer Blick auf Berlin in diesem Podcast. Denn nicht nur die Angebotsmieten, die gehen durch die Decke, auch generell die Neubaumieten, die steigen immer weiter. Und Berlin ist mittlerweile in Deutschland bei den Angebotsmieten auf Platz 2 angekommen. Und bei den Neubaumieten, das also auch ein interessantes Thema in diesem Börsenbody Podcast. Der Podcast für alle, die Immobilienaktien haben oder die sich generell für das Thema Immobilien und Immobilienwirtschaft interessieren. Bevor wir jetzt in den Podcast und in die ersten Themen rein starten, wie immer ganz kurz der Hinweis. Ihr wisst es, es muss sein. Das Ganze ist hier natürlich keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung. Das alles sind hier nur Informationen, was ihr daraus macht. Das müsst ihr für euch entscheiden. Am Ende seid ihr selber für euer Handeln verantwortlich. Zum Start des heutigen Podcasts am Sonntag, dem 15. Oktober, schauen wir auf TAG Immobilien. Ich habe es schon gesagt, es ist Deutschlands drittgrößtes Wohnungsunternehmen an der Börse. Zumindest, wenn man sich die Wohnungsanzahl anschaut. Da kommt TAG nach LEG Immobilien eben auf Platz 3. Es gibt zwar auch andere Wohnungsunternehmen, die mehr Immobilien haben. Zum Beispiel Viva West, die in Nordrhein-Westfalen stark vertreten sind. Allerdings sind die nicht an der Börse, deswegen spielt das hier jetzt erstmal keine Rolle. TAG Immobilien hat in den letzten Monaten und ja auch Quartalen und Halbjahren natürlich, wie alle anderen Wohnungsunternehmen auch versucht, Immobilien zu verkaufen. Und nun gab es eine Meldung, Roundhill kauft 540 Mieteinheiten für 90 Millionen Euro im Berliner Umland. Und das erstmal eine Meldung, die ja doch relativ normal ist, war die eine oder andere Immobilientransaktion von Unternehmen, die das dann vor allem in geschlossene Fonds packen, geschlossene Immobilienfonds etc. Doch ich bin den Artikel dann mal weiter durchgegangen und da dann auf die Worte TAG Immobilien AG gestoßen. Ich habe es euch hier mal markiert. Interessant dabei, von diesen 540 Mieteinheiten, die das Unternehmen Roundhill im Berliner Umland gekauft hat, sind nämlich fast 500, um genau zu sein, 497 Wohneinheiten von TAG Immobilien. Die erste Transaktion umfasst 497 Wohneinheiten, verteilt auf 5 Objekte der TAG Immobilien AG, einer der größten börsennotierten Wohnkonzerne Deutschlands. Die erworbenen Objekte der TAG, die befinden sich in Henningsdorf, Königswusterhausen, meine Güte, was es alles für Städte in Deutschland gibt, in Ludwigsfelde, in Stahnsdorf und in Potsdam. Also rund um Berlin, aber eben nicht direkt selber in Berlin. Damit sind es Objekte, das sagt auch hier der Käufer Roundhill, die man eben abseits der strengeren Mietenregulierung in Berlin weiterentwickeln kann, respektive wo sich eine Modernisierung lohnt und wo man dann auch die Mieten dadurch anheben kann. Ja, TAG verliert damit 497 weitere Wohneinheiten. Das ist an der Stelle eine interessante Neuigkeit, denn knapp 500 Wohneinheiten hat TAG damit jetzt wieder verkauft. TAG ist ja für die Größe, die man hat, wirklich erfolgreich in den letzten Quartalen bei den Immobilienverkäufen gewesen und nun zeigt sich, weitere 500 Wohneinheiten hat man bei TAG Immobilien erfolgreich verkauft und das innerhalb von einem Deal. Das ist wirklich interessant. Und eben aus dem Artikel geht auch hervor, dass 90 Millionen Euro der Kaufpreis für 540 Einheiten waren. 500 Wohneinheiten kommen hier von TAG Immobilien. Dementsprechend kann man davon ausgehen, dass man irgendwo so im Bereich 70, 80 Millionen Euro hier einen Liquiditätszufluss nun bei TAG Immobilien hat. Das kann man also schon mal im Hinterkopf behalten. Bald kommen ja die Quartalszahlen. Am 14. November ist es bei TAG Immobilien soweit und vielleicht wird es dann weitere Updates zu den Immobilienverkäufen geben. Sicherlich finden sich dann auch die 497 Wohneinheiten in diesem Update wieder, die nun TAG Immobilien an Roundhill verkauft hat. Das Ganze, das landet wohl in einem geschlossenen Immobilienfonds, ist damit für uns also ab sofort uninteressant. Ja und TAG hat hier eben einen ordentlichen Liquiditätszufluss bekommen. Wie viel man allerdings unter Buchwert verkauft hat, das wird sich dann wohl am 14. November zeigen, wenn die Quartalszahlen draußen sind und wenn man ein Update zu den Immobilienverkäufen gibt. Ich habe es anfangs gesagt, wir haben dieses Mal ganze drei Meldungen von TAG Immobilien im Gepäck. Deswegen machen wir gleich weiter mit der zweiten und hier geht es um den polnischen Immobilienmarkt. Denn der Finanzchef von TAG Immobilien, der hat sich nun nochmal zum polnischen Markt geäußert und hier wirklich interessante Einblicke gegeben, auch mit Blick auf die deutsche Strategie, die ja zumindest bis zu Beginn der Corona-Pandemie vorsah, in Deutschland weiter zu wachsen. Man hatte ja in Deutschland das sogenannte ABBA-Prinzip installiert, also in A-Städten kaufte TAG in B-Lagen und in B-Städten hat TAG in A-Lagen zugegriffen. Das war die Wachstumsstrategie von TAG Immobilien. Doch spätestens seit der Corona-Pandemie hat man in Deutschland eher den Rückwärtsgang angetreten. Das Immobilienportfolio, das schrumpft in Deutschland, nicht zuletzt natürlich durch die Verkäufe, um an Liquidität zu kommen, jetzt in den letzten 1,5 Jahren. Aber in Polen wiederum, da wächst man und da blickt nun der TAG Finanzchef nochmal drauf und hat gesagt, Zitat, wir kaufen nicht in Deutschland, wir investieren in Polen. Martin Thiel ist der Finanzchef hier von TAG Immobilien und er sagt eben im Nachbarland, da kann der Konzerner, kann TAG Immobilien selber bauen und die Baukosten dort mit gleicher Qualität sind deutlich geringer als in Deutschland, was vor allem an deutlich geringerer Regulatorik liegt in dem osteuropäischen Land und Baugenehmigungen in Polen, die brauchen nur die Hälfte der Zeit, wie es in Deutschland der Fall ist. Das Unternehmen TAG Immobilien könnte in Polen für weniger als 2.000 Euro den Quadratmeter gute Wohnungen in den wirklichen Aarstädten, Warschau, Breslau, Danzig bauen. Unter 2.000 Quadratmeter, das kann man sich in Deutschland in den Metropolen überhaupt nicht mehr vorstellen. In Polen ist das noch möglich, gleichzeitig wächst der Markt rasant. Ich möchte ja in den nächsten Wochen hier auch nochmal ein Video machen zum polnischen Immobilienmarkt, wie es da generell abläuft, deswegen möchte ich da jetzt gar nicht allzu viel vorwegnehmen, aber das sieht wirklich gut aus. Und die Kalkulation von TAG Immobilien, die sieht so aus, dass man eben für unter 2.000 Euro in den Aarstädten pro Quadratmeter bauen kann und man verkauft insgesamt mittlerweile 3.000 bis 4.000 Wohneinheiten pro Jahr. Die polnische Bevölkerung kann sich das weiterhin leisten, trotz der hohen Zinsen, weil es eben sich um sehr gefragte Lagen handelt, gleichzeitig gute Bauqualität und trotzdem ist es eben deutlich günstiger als in Deutschland. Generell muss man sagen, man ist ja hier seit 2019 in Polen vertreten bei TAG Immobilien. Zuerst hatte man ja Vantage Development übernommen. Übrigens, ich war vor einigen Wochen in Polen für ein paar Tage in Breslau und habe dort selber einige Liegenschaften von Vantage gesehen. Die haben ein sehr markantes Logo, das an den Immobilien prangt, sodass man hier sieht, die sind wirklich auch dort vertreten. Und seit dem Jahr 2022, da hat man dann ja nochmal Roböck übernommen, seitdem ist man in Polen groß vertreten und möchte hier der größte Vermieter werden. Aktuell konzentriert man sich aber eben auf den Bau, auf den Neubau und da dann vor allem aktuell auch auf Immobilienverkäufe, um Liquidität zu sichern. Trotzdem wächst auch das Mietportfolio. Wir werden es am 14. November im Quartalsupdate von TAG Immobilien uns genauer anschauen. Mit Blick auf den polnischen Markt gibt es noch eine dritte Neuigkeit aus der vergangenen Woche von TAG Immobilien. Nicht nur, dass der Markt für TAG unglaublich attraktiv ist, im Gegensatz zum deutschen Markt, wo man eher konsolidiert, sondern wir haben nun auch eine Mitteilung bekommen von TAG Immobilien, wo es um die Brückenfinanzierung ging. Denn man hat ja für die Übernahme der polnischen Firmen, vor allem eben 2022 von Roböck SA, eine Brückenfinanzierung vorgenommen. Und dann ging es so richtig los mit den steigenden Zinsen und den Problemen am Immobilienmarkt. Doch nun konnte man vermelden, dass man die Brückenfinanzierung nun vollständig zurückgezahlt hat. Die von der TAG Immobilien AG zum Erwerb aller Anteile der Roböck SA aufgenommenen Brückenfinanzierung wurde vorzeitig im Oktober 2023 getilgt. Die Finanzierung wurde von vier Investmentbanken im März 2022 gewährt und war zwischenzeitlich in Höhe von 650 Millionen Euro in Anspruch genommen. Die vertragliche Laufzeit endete spätestens im Januar 2024. Nun aber hat man, wie gesagt, schon im Oktober diesen Jahres hier die Rückzahlung beendet. Man hat alles soweit zurückgeführt. Zum Ende des zweiten Quartals, 2023, war noch ein Betrag von 175 Millionen Euro ausstehend. Nach dem Stichtag folgen weitere Tilgungen. Im Oktober wurde nun der letzte Teilbetrag über 75 Millionen zurückgezahlt, nachdem das Closing für bereits mit den Halbjahreszahlen kommunizierten Verkäufen von Wohnungen in Deutschland mit einem Netto-Liquiditätszufluss von rund 60 Millionen erfolgt ist. Martin Thiel, der CFO von TAG Immobilien, hat dazu gesagt, mit der nun vollständigen Rückzahlung der Brückenfinanzierung haben wir den wichtigsten Schritt unserer Refinanzierungsaktivitäten abgeschlossen. Neben der im letzten Jahr durchgeführten Bezugsrechtskapitalerhöhung, die zu einem Bruttoemissionserlös von 202 Millionen Euro führte, haben wir auch das damals zeitgleich angekündigte Verkaufsprogramm für Wohnungen in Deutschland mit Netto-Liquiditätszuflüssen von in Summe 250 Millionen erfolgreich umgesetzt. Beide Maßnahmen waren für die Rückzahlung der Brückenfinanzierung ein wesentlicher Baustein. Sowohl unser deutsches als auch unser polnisches Immobilienportfolio erzählen daraus hinaus laufend wesentliche Liquiditätsüberschüsse. Damit sind wir finanziell weiterhin gut aufgestellt und unabhängig von Refinanzierungen am Kapitalmarkt. Den allerletzten Satz, den möchte ich mal etwas in Frage stellen, dass TAG Immobilien komplett unabhängig von Refinanzierungen am Kapitalmarkt ist. Das wird sich sicherlich in den nächsten Quartalen zeigen, denn auch hier muss man sicherlich Refinanzierungen vornehmen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man aus allen Liquiditätsüberschüssen hier alle auslaufenden Anleihen und Kredite begleicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch TAG hier weiter prolongieren wird bei den Anleihen. Das wird sich dann zeigen, aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass auch hier der durchschnittliche Zinssatz für TAG Immobilien weiter ansteigen wird, so wie auch bei anderen Immobilienunternehmen. Aber alles in allem muss man sagen, man hat nun endlich diesen Klotz vom Bein. Es war ja wirklich eine Finanzierung. Eigentlich gut gedacht, aber dann doch zu einem ziemlich beschissenen Zeitpunkt, um das mal auf den Punkt zu bringen. Aber das Ganze hat man nun erfolgreich gelöst, wenn auch nur dadurch, dass man eben Immobilien verkaufen musste. Aber ehrlicherweise, da geht es anderen Immobilienunternehmen ja aktuell nicht anders. Ja, das ist der Blick auf TAG Immobilien. Drei Neuigkeiten an diesem Sonntag. Und wir schauen jetzt weiter auf das Thema Immobilienpreise. Bei der letzten Quartalssaison, zum zweiten Quartal, beziehungsweise zum ersten Halbjahr, haben wir es ja bei fast allen Wohnungsunternehmen gesehen, dass doch hier ordentlich abgewertet wurde. Die Werte der Immobilienbestände, die wurden nach unten korrigiert. Nun zeigt sich aber, und das ging letzte Woche dann doch überall durch die Presse, dass die Kaufpreise für Immobilien sich jetzt doch deutlich stabilisieren. Die Angebotspreise für Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser, die bewegten sich im dritten Quartal, das ja nun zurückliegt, zwischen 0,2 und 0,3 Prozent zum vorangegangenen Vierteljahr leicht nach oben. Das sagt Immobilienscout24. Das gelte sowohl für Bestands- als auch für Neubauimmobilien. Die Angebotspreise, die haben sich also stabilisiert. Aber Achtung, immer hier mit dazu gesagt, Angebotspreise sind noch keine Verkaufspreise, aber sicherlich haben wir wieder eine höhere Nachfrage als noch in den letzten Quartalen. Das kann man an der Stelle sicher sagen. Beziehungsweise die Geschäftsführerin Gesa Crockford von Immobilienscout24 hat sich auch dazu nochmal geäußert und gesagt, Die geringen Preisschwankungen im Quartalsvergleich sind vor allem auf den stagnierenden Neubau sowie die wiederkehrende Kaufnachfrage zurückzuführen. Und das kann ja Immobilienscout zumindest recht gut tracken. Wie ist das Interesse, wie viele Leute kommen auf die Seite und wie viele Immobilienanzeigen verschwinden auch nach einer gewissen Zeit wieder, weil dann im besten Fall die Immobilie verkauft ist. Weiter sagt Crockford, Einen signifikanten Preisrutsch erwarte ich allerdings nicht mehr, da der Bedarf an Wohnraum wächst und zu wenig gebaut wird. Hier würden also die Trends vor allem eben, dass kaum neue Wohnungen dazukommen, dafür sorgen, dass nun ein Boden zumindest bei den Angebotspreisen erreicht ist. Die Angebotspreise für eine Bestandswohnung, die lagen im Durchschnitt bei 2.575 Euro pro Quadratmeter, 4,6 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Neubaupreise sind um 2,3 Prozent insgesamt gesunken auf 4.075 Euro je Quadratmeter im Bundesdurchschnitt. Da zeigt sich, dass man hier eben auf Jahressicht dann doch etwas verloren hat, aber bei Immobilienscout die Angebotspreise, die sind wie gesagt hier jetzt stabil geblieben, beziehungsweise sind sogar leicht nach oben gegangen, aber wie gesagt hier zum vorangegangenen Vierteljahr und auf Jahressicht haben wir hier weiterhin natürlich noch ein Minus, wie gesagt 4,6 bei Bestandswohnungen, 2,3 bei Neubau. Dann haben wir aber auch in Deutschland regionale Unterschiede. So gibt es zum Beispiel in Köln einen Rückgang bei Bestandswohnungen von 8,7 Prozent, während in anderen Städten, zum Beispiel in München, es sich hier nur um einen Rückgang von 3,5 Prozent handelt. Also da sieht man ganz, ganz unterschiedlich ist das aktuell in Deutschland. Auch in Düsseldorf die Angebotspreise 7,7 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Es zeigt sich also auch, dass vor allem in großen Städten hier oft höhere Abschläge zu verzeichnen sind als in kleineren Städten oder als auf dem Land. Aber nehmen wir das mal als positives Zeichen, dass wir zumindest zum vorherigen Quartal, zum zweiten Quartal hier bei den Angebotspreisen keinen weiteren Rückgang haben. Generell ist es ja so, wenn Immobilien lange nicht verkauft werden, wird irgendwann auch der Angebotspreis gesenkt, um die Liegenschaft attraktiver zu machen und das war jetzt wohl im dritten Quartal nicht mehr nötig, hier im Gegensatz zum zweiten Quartal die Angebotspreise weiter zu senken. Es wird sich dann sicherlich zeigen bei den Gutachterausschüssen in den nächsten Quartalen, ob das Ganze sich dann auch bei den Kaufverträgen widerspiegelt, ob wir hier auch eine Stabilisierung dann der realen Kaufpreise, die beim Notar beurkundet werden, haben. Ja, die Kaufseite, die verändert sich, aber auch die Mietseite verändert sich in Deutschland sehr, sehr stark und auch die Nachfrageseite, denn wir haben weiterhin trotz steigender Mietpreise in den Großstädten einen unglaublichen Andrang nach Wohnungen und das zeigen zwei aktuelle Beispiele in Berlin und zwar vom landeseigenen Wohnungsunternehmen Hovo G, die 288 Wohnungen in zwei Tranchen angeboten haben. Und hier gibt es nun offizielle Zahlen, die die Bild-Zeitung veröffentlicht hat und das ist wirklich, wirklich heftig, denn man hat insgesamt hier bei der Berliner Hovo G zwei Liegenschaften veröffentlicht, 288 Wohnungen und hat diese zwei Angebote, natürlich eben zur Einzelvermietung in Berlin, für 30 Minuten online gehabt. Und innerhalb von 30 Minuten sind für die 288 Wohnungen 43.000 Bewerbungen eingegangen. Bedeutet im Endeffekt, dass 42.712 Bewerber nach 30 Minuten leer ausgegangen sind und wie gesagt, das war nur nach 30 Minuten. Da kann man sich vorstellen, wenn mal hier ein Mitarbeiter nicht aufpasst und eben eine Wohnungsanzeige für mehrere Stunden oder Tage im Internet lässt, dann explodiert das Mailpostfach und das kann man so gar nicht mehr aufholen, ohne dass man einfach alles instant löscht. Also das ist wirklich, wirklich irre, was hier auf dem Mietmarkt in Berlin aktuell abgeht. Der Zuzug, der ist weiter hoch, gleichzeitig wird kaum gebaut und die Wohnungen, die frei sind, in dem Fall waren es hier Neubauwohnungen, die sind eben heiß begehrt und da muss man auch sagen, das ist hier ja wirklich krass und da zeigt sich auch, dass wir einfach einen brutalen Wohnraummangel in den Großstädten, vor allem in Berlin haben. Aber wenn man in Berlin eben nicht mal dazu bereit ist, beispielsweise das Tempelhofer Feld zu bebauen, dann muss man auch sagen, selber schuld, dann wird man diese Probleme nie in den Griff bekommen, wenn man eben nicht genug Wohnraum zur Verfügung stellt, dann hat man eben diese Situation und da muss man auch sagen, mit Blick auf andere Städte, auch wenn das nicht ganz zum Thema passt, ich möchte es trotzdem ergänzen, je mehr reguliert wird, desto weniger hoch sind eben die Chancen für normale Bewerber, denn dann wandert das Ganze auf den Schwarzmarkt, dann muss man eben irgendwelche Abschlagszahlungen schwarz leisten, um an eine Wohnung zu kommen. Wir sehen das in Schweden, wo man teilweise 15, 20 Jahre in Warteschlangen sitzt, bis man eine Wohnung bekommt und dementsprechend, ja, mehr Regulierung führt da nicht zwangsläufig dazu, dass jetzt die, in dem Fall waren es 72.712 Bewerber, die leer ausgegangen sind, dass die dann tatsächlich eine Wohnung bekommen. Es hilft dir einfach nur, viele neue Wohnungen bauen, aufstocken etc. Dafür sind die Bedingungen aber aktuell einfach zu schlecht und das bedeutet am Ende weiter steigende Preise, ein Thema, dem wir uns am Ende des Podcastes gleich nochmal widmen wollen, aber es ist schon wirklich Wahnsinn, dass man hier einen so hohen Wohnungsdruck hat. Ja, und selbst die SPD, die sagt hier, bauen, 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 ist die Lösung. Das sagt zumindest der zuständige Lichtenberger Stadtrat Kevin Hönnecke von der SPD. Gleichzeitig möchte man aber in Berlin und bundesweit einen Mietendeckel einführen und weitere Beschränkungen zum Mietwachstum. Das wird sicherlich nicht helfen, hier den Standort attraktiver zu machen für Bauherren, aber gut, das ist ja ein Problem, das wir in Berlin und in der deutschen Politik schon seit vielen Jahren haben. Klar ist aber, der Angebots-, beziehungsweise der Nachfrageüberhang, der ist hier so groß, dass das Angebot hier bei weitem nicht mithalten kann und ein Hovo-G-Sprecher hat hier noch gesagt, dass man im Durchschnitt in Berlin pro Wohnung sofort 300 Online-Anfragen hat, wenn das Ganze online geht und da ist auch der Bestand mit drin, also alte Bestandswohnungen ebenso wie Neubauwohnungen, da zeigt sich einfach was für ein Druck hier auf dem Berliner. Immobilienmarkt ist aber nicht nur da, auch in Städten wie Köln, Düsseldorf, Hamburg und Co. sieht es ähnlich aus, wenn auch nicht ganz so schlimm. Kommen wir zu einer positiven Nachricht für Aktionäre von Immobilienunternehmen beziehungsweise an der Stelle für Aktionäre von einem ganz bestimmten Immobilienunternehmen, ich spreche nämlich hier vom Alstria Office Read, ein Unternehmen, der Name sagt es schon, im Bereich von Office Büro Immobilien tätig und Alstria, ihr seht den Knick ganz rechts nach oben, plus 17% am vergangenen Freitag den 13., Freitag der 13., an der Stelle für Alstria Aktionäre gar nicht so ein schlechter Tag, obwohl es Freitag der 13. war, aber wir sehen hier eben 17% plus, allerdings auf Jahressicht immer noch brutal unter die Räder gekommen, vor einem Jahr war die Aktie bei über 8 Euro, jetzt bei unter 4 Euro, warum ging es jetzt aber so deutlich nach oben, man ruft eine außerordentliche Hauptversammlung ein, denn man möchte eine Sonderdividende in Höhe von 250 Millionen Euro bei der Alstria ausschütten, insgesamt hatte man schon im Jahr 2022, im April 2022 angekündigt, eine Milliarde an Kapital an die Aktionäre auszukehren, 750 Millionen sind schon geflossen, jetzt sollen die letzten 250 Millionen folgen, am 1. Dezember gibt es eine außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft und hier soll dann die Sonderdividende in Höhe von 250 Millionen Euro beschlossen werden, man sagt weiterhin, dass man bei Alstria nun auch mit einem höheren FFO, also den Funds from Operation rechnet, man hat hier wohl jetzt in der Prognose das Ganze nach oben geschoben, geplant war ein FFO in Höhe von 79 Millionen Euro, nun möchte man das Ganze anheben und einen Wert von 84 Millionen Euro hier in diesem Jahr erwirtschaften an FFO, der FFO sind ja die Einnahmen aus der normalen Geschäftstätigkeit, die Funds from Operation ist die Kennzahl in der Immobilienwirtschaft, nach der sich dann auch bei den meisten Unternehmen eben die Dividende berechnet und interessant dabei, dass man hier eben nun das Ganze steigern kann, wir haben ja bei THG Immobilien, um da mal bei dem Unternehmen zu bleiben, wir haben ja in diesem Podcast lange drüber gesprochen, hier einen rapiden Abfall des FFOs, einfach aufgrund der Kapitalerhöhung im vergangenen Jahr, Kapitalrechtserhöhung, wo eben neue Aktien ausgegeben wurden, aber einfach auch aufgrund des schwächeren Vermietungsergebnisses haben wir hier beim FFO 1 bei der THG doch den Weg ordentlich nach unten genommen, anders jetzt bei Alstria, hier scheint sich das Geschäft eben mit dem, mit der Bürovermietung scheint sich hier soweit zu stabilisieren und man kann hier wohl auch wahrscheinlich durch Indexierung würde ich an der Stelle mal schätzen, ich kenne mich mit der Aktie jetzt nicht gut aus, deswegen möchte ich hier nicht allzu viel sagen, aber man kann hier wohl nun mehr Mieteinnahmen generieren, bei der normalen Geschäftstätigkeit scheint es wieder besser zu laufen und dementsprechend konnte man nun die Prognose für das Gesamtjahr 2023 beim FFO um 5 Millionen anheben, statt 79 wie gesagt 84 Millionen und dazu gibt es noch eine schöne Sonderdividende. Zum Schluss des heutigen Podcastes am 15. Oktober noch einmal der Blick Richtung Berlin, aber auch Richtung anderer Großstädte in Deutschland, wir haben gerade schon drüber gesprochen, wie die Nachfrage in deutschen Großstädten explodiert auf dem Mietwohnungsmarkt, gleichzeitig ist aber auch das Thema Miethöhe hier entscheidend und im letzten Jahr gab es hier wirklich doch heftige Sprünge nach oben. An der Stelle aber einmal der Hinweis, denn man liest dann oft in Zeitungen oder auf Nachrichtenportalen Miete explodiert jetzt XXX Prozent über Vorjahr an der Stelle aber ein Hinweis, es handelt sich in den meisten Berichten um Wiedervermietung, also eine Wohnung wird leer gezogen, dann wird meistens renoviert und dann wird diese Wohnung neu am Markt angeboten und es handelt sich hierbei um Neubau, wo es eben keine Beschränkungen bei der Miethöhe gibt, das sind die beiden Punkte, wo es eben deutlich nach oben geht, bei den Bestandsmieten haben wir Wachstumsraten deutlich unter der Inflationsrate, das muss man an der Stelle immer wieder sagen, wer Bestandsmieter ist, hat im Durchschnitt in Deutschland deutlich weniger Kostensteigerung im Mietbereich als in anderen Bereichen und dementsprechend möchte ich das nur dazu sagen, wenn hier solche Headlights sind, immer darauf achten, handelt es sich hierbei um Bestandswohnungen, also normale Mieterhöhungen im Bestand oder handelt es sich um Neuvermietung respektive um Neubau. Wir sind beim Thema Neubau Mieten und hier haben wir in Berlin nun die 19 Euro Marke geknackt laut Berliner Zeitung. Wir sind jetzt hier im Bereich von lasst es mich raussuchen, wir haben hier in Berlin nun den zweiten Platz erreicht, über 19 Euro im Schnitt beziehungsweise die letzten Daten lagen bei 18,77 Euro es ist also davon auszugehen dass mittlerweile die 19 Euro Marke auch geknackt sein dürfte und damit ist Berlin nun auf Platz 2 in Deutschland bei den Neubau Mieten wir haben auf Platz 1 na klar wie könnte es anders sein die Stadt München hier liegt der Quadratmeterpreis in Neubau Miete bei 23 Euro und 63 Cent danach kommt dann eben jetzt Berlin 18,77 Euro das wie gesagt die letzten Zahlen mittlerweile schon etwas höher bei rund 19 Euro und danach kommt die Stadt Frankfurt am Main mit 16 Euro 65 und rate dreimal wer kommt auf Platz 4 es ist natürlich die Stadt an der Elbe Hanseatisch natürlich wir reden von Hamburg Hamburg auf Platz 4 in Deutschland 15 Euro 74 hier der Quadratmeterpreis im Neubau Kaltmiete im Vergleich ist damit Berlin auf Platz 2 wenn man sich die Steigerung allerdings anschaut dann ist Berlin mittlerweile auf Platz 1 mit Blick auf die letzten 12 Monate denn jetzt geht es hier um das allgemeine Neuvermietungsgeschäft also sowohl Neubau als auch eben Wohnung ist leer gezogen und hier wird das Ganze neu am Markt angeboten und da sind die Mieten im Schnitt um 19% auf Jahressicht gestiegen und damit zeigt sich ganz klar der Trend doch lieber länger in einer Mietwohnung zu bleiben der wird sich weiter der wird weitergehen weil eben Neumieten respektive umziehen immer teurer wird und dementsprechend sind alle hier die in ihrer Wohnung bleiben noch relativ gut geschützt aufgrund der Mieten Regulatorik ob das jetzt gut oder schlecht ist das möchte ich an der Stelle nicht bewerten aber zumindest zeigen die Zahlen ganz klar wer ausziehen muss und sich etwas Neues suchen muss der muss erstmal Glück haben etwas zu finden und dann wird es auch noch deutlich teurer ist übrigens auch kein Anreiz wenn man eine große Wohnung gemietet hat dann in eine kleinere zu ziehen obwohl das gesellschaftlich vielleicht sinnvoll wäre aber eben macht das natürlich keiner wenn man für die kleinere Wohnung dann deutlich mehr Miete zahlen müsste als Trend nach oben es ist am Ende aber auch aktuell für Immobilien Unternehmen der einzige Weg hier eben leerstehende Wohnungen schnell wieder fit zu machen und teurer anzubieten um eben die aktuelle Krise bewältigen zu können die Probleme mit den Zinsen und den hohen Baukosten kennt ihr ja alle übrigens auf Platz 5 um das noch zu sagen bei Neubauwohnungen liegt die Stadt Köln damit ist auch Nordrhein-Westfalen unter den Top 5 vertreten Köln bei knapp 15 Euro 14 91 auch hier geht es weiter nach oben ja soviel zur heutigen Ausgabe hier am Sonntag dem 15 Oktober ich hoffe euch hat es Spaß gemacht schön dass ihr mit dabei wart hier beim Podcast und jetzt bleibt mir nur noch euch eine erfolgreiche Börsenwoche ab morgen zu wünschen hoffentlich wieder grüne Vorzeichen wir gucken mal auf mein Immobilien Portfolio in dieser Woche hier auf dem Kanal also abonnieren nicht vergessen und lasst gerne eine Bewertung da vielen Dank dafür macht es gut bis zum nächsten Podcast hier am kommenden Sonntag dann wieder mit spannenden Themen und auch in dieser Woche geht es ja bereits los mit der Quartalsaison also dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall macht es gut bis zum nächsten Video